Moin meine Lieben, also ich habe hier mal ein kleines Video für euch zusammengestellt, weil es immer wieder Probleme gibt. Ich habe also in der gesamten Zeit, wo ich hier einen Friesen-Jungen-Transport-Pack habe, sowohl im LS17 als auch im LS19 nicht so viel mit Support zu tun gehabt wie jetzt, seit ich die Version 2.0 raus habe, wo dieses Autoload-Skript extern ist. Ich muss also sagen, das ist nicht meine Entscheidung, das extern zu lagern, sondern das hat der Ersteller des Skriptes gemacht. Hintergrund ist, er hat sich das wohl so gedacht, so ähnlich wie bei Global Company. Ich habe ein zentrales Skript, da greifen alle anderen Mods drauf zu, wenn die Autoload machen wollen. Und wenn was an dem Skript geändert wird, dann müssen nicht alle anderen Modder ihre Mods ändern und das neue Skript einbinden, sondern man muss nur diesen einen Mod mit dem Skript austauschen und dann spielt alles wieder wunderbar. Wenn man dieses Skript nicht eingebaut hat oder nicht installiert hat, dann hat man erstmal keinen Autoload in den meisten Fällen. Es gibt ein paar Situationen, wo es doch funktionieren kann, wenn man andere Mods mit Autoload drin hat. Das ist aber nichts, was sicher ist und was ich empfehlen würde. Es kann sogar so weit gehen, dass wenn man Autoload bei der Auswahl der Fahrzeuge konfiguriert und die dann kaufen möchte im Shop, dass dann gesagt wird, da ist nicht genug Platz beim Händler. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr dieses Autoload-Skript, dieses Easy-Autoload-Skript runterladet und wie ihr das installiert. Der Modder hat sich also dazu entschieden, oder der Skript hat sich dazu entschieden, das bei Nexus-Mods zu veröffentlichen. Da müsst ihr euch registrieren. Die Seite ist ein bisschen unübersichtlich und es erweckt auch leicht den Eindruck, dass es kostenpflichtig ist. Ist es aber nicht und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Das Ganze trifft übrigens für meinen Friesenjung-Transport-Pack als auch für das Hopfachtransport-Pack zu. Ihr müsst das Skript aber natürlich nur einmal im Mod-Ordner haben. Und ja, hier sind also meine beiden offiziellen Downloads vom Hopfachtpaket und vom Friesenjung-Packet. Und da klicken wir mal drauf und dann ist hier irgendwo wichtig. Der Ersteller des EAL-Skripts hat sich entschieden. Tralala, hopsasa und so alles, was ich euch gerade erzählt habe. Und hier drunter ist ein Link. Nexus-Mods.com Farming Simulator 19 Mods 117. Und wenn ihr da drauf klickt, dann öffnet sich die Seite von Nexus-Mods. Und hier ist auch schon das Easy-Autoload-Skript. Ja, das sehen wir hier. Da sind wir ja hier richtig drauf. Und dann gibt es hier Files. Da klickt ihr drauf. Und dann gibt es hier Manual Download. Und dann sagt ihr einfach mal, das mache ich. Jetzt kommt hier eine Meldung. Bitte einloggen oder anmelden. Ich könnte mich jetzt einfach so einloggen. Ich zeige euch das mit dem Anmelden. Da geht er auf Sign Up. Und dann sagt ihr Register Now. So, und jetzt kommen hier erstmal so viel Join Our Community. Bla, 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 bla. Und jetzt kommen hier alles kostenpflichtige Mitgliedschaften. Lebenslange Premium-Mitgliedschaft für 50 Pfund. Eine Monats-Mitgliedschaft für 2 Pfund 99. Eine 3-Monats-Mitgliedschaft. Eine 6-Monats-Mitgliedschaft. Eine 12-Monats-Mitgliedschaft. Und eine Supporter-Membership. Was auch immer. Völlig egal. Ihr klickt einfach gar nichts davon an. Und sagt einfach Create Account. Und dann gebt ihr hier ganz normal euren Usernamen. E-Mail-Adresse. Also, ich suche euch einen Usernamen aus. Tralala, hopsasa. Meldet euch an. Es kann sein, dass ihr dann vielleicht noch eine Bestätigungs-E-Mail bekommt, die ihr, wie gesagt, natürlich bestätigen müsst. Das sei jetzt mal dahingestellt. Also, wo ihr eure E-Mail-Adresse bestätigen müsst. Könnt ihr aber machen. Das ist jetzt keine Klaus-Seite oder sonst irgendwas. Sondern das ist schon eine, ich sag jetzt mal, vertrauensvolle Seite. So habe ich sie kennengelernt. Und woanders gibt es das Skript eben offiziell gar nicht. Ich gehe jetzt mal hier wieder raus. Weil ich bin ja schon registriert. Auch kostenlos. Ich habe also auch keinen Cent dafür bezahlt. Klicke hier auf Files. Sage Manual Download. Sage Login. Ich habe meine Sachen natürlich gespeichert. Gehe hier rein. So, jetzt ist das erstmal eventuell hier so ein bisschen, jetzt bin ich angemeldet. Jetzt finde ich den Mod nicht so schnell. Gehe hier nochmal raus. Klicke hier nochmal drauf. Ich könnte mir natürlich auch raussuchen. Ich sehe jetzt hier oben, ich bin angemeldet. Hier ist mein Logo. Und dann gehe ich auf Files und sage Download. Und jetzt sehe ich hier unten, dass die Datei runtergeladen wird. Das dauert auch nicht lange. Das ist zwar nur 2M Megabit pro Sekunde. Aber die Datei ist auch nicht wirklich groß. Und das ist allerdings eine RAR-Datei. Und damit müsst ihr noch was machen. Die müsst ihr mich noch entpacken. Und das zeige ich euch gleich. Hier sind wir also jetzt im Explore, im Download-Ordner. Hier ist dieses Easy-Autoload. Und dann mit einer wilden Zahlenkombination. Punkt, RAR. Und da sind wir bei einem großen Problem von diesen Nexus-Mods. Weil diese wilde Zahlenkombination, die wird, weiß ich nicht, wie die generiert wird, die ist auf jeden Fall bei jedem Download anders. Und deshalb hatte ich auch den Skript da schon mal darauf angesprochen, dass ich das dämlich finde. Wenn die Leute sich das bei Nexus-Mods runterladen müssen, die Datei, weil dann heißt der Mod ja jedes Mal bei jedem anders. Und man muss den immer erst umbenennen. Daraufhin hat er gesagt, dann packe ich das in eine RAR-Datei. Und die kann ich zum Beispiel entpacken. Ich mache das jetzt mal, indem ich den rechten Maus klicke und bei 7-Zip sage, Entpacken nach Easy-Autoload. Hast du nicht gesehen? Und jetzt habe ich hier einen Ordner Easy-Autoload, der genauso heißt, bloß ohne dieses RAR am Ende. Aber wenn ich da doppelklicke, dann habe ich hier den FS19 Easy-Autoload.zip drin. Und den jetzt mit der rechten Maustaste kopieren. Und dann kann ich hier auf meine Dokumente My Games Mods und sagen Einfügen. Und jetzt ist der in meinem Mod-Ordner drin. Der muss so heißen. Den braucht ihr dann nicht mehr entpacken. Ihr müsst nur einmal die RAR-Datei entpacken. Das könnt ihr zum Beispiel mit 7-Zip machen. Auch mit anderen Programmen. Ich benutze 7-Zip, weil ich glaube, da kann ich zippen. Damit kann ich RAR-Dateien öffnen und entpacken und erstellen. Und hast du nicht gesehen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genauso wie ihr auch nochmal den Link zu dem Mod findet. Und wenn ihr jetzt LS19 startet, dann findet ihr auch diesen Mod. Und den müsst ihr natürlich noch aktivieren. Und das zeige ich euch auch. Hier sind wir also jetzt im LS19 in dem Menü, wo ihr die Mods auswählen könnt. Und jetzt haben wir hier meinen Friesium Transport Bag. Es gibt hier noch ein paar DLCs, die ich installiert habe hier. Easy Development Controls. Die habe ich immer installiert, wenn ich irgendwelche Mods ausprobiere oder so. Weil ich mir damit ganz schnell mal Felder cheaten kann. Und kann sagen, was auf welchem Feld wachsen soll und so weiter und so fort. Gibt es eine schöne Vorstellung von Mario Hirschfeld zu. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ist so für Mod-Vorstellungen und sowas top tool. Super. Absolut genial. Und hier ist der Easy Autoload Mod, von dem ich gesprochen habe. Und den wir uns ja vorhin runtergeladen haben. Und der muss noch einmal aktiviert werden. Und dann kann ich Start sagen. Und dann funktioniert das Autoload auch im Spiel. Es kommen da keine Fehlermeldungen mehr. Dass zum Beispiel das beim Kauf nicht hingestellt werden kann. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann soll es bei euch funktionieren. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung dafür, dass das so kompliziert ist. Aber ich wollte jetzt auch nicht mit einer alten, fehlerbehafteten Skript-Version mein Paket weiter verteilen. Wenn jemand von euch ein anderes Autoload-Paket kennt. Ein anderes Autoload-Skript. Also früher gab es ja vom Hot-Online-Team das Universal Autoload. Das URL. Ich habe gehört, dass die da dran arbeiten. Ich weiß aber nicht, wann das rauskommt. Ob das rauskommt. Ob das veröffentlicht wird. Oder ob die es für sich behalten. Wenn es da Informationen gibt, gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Würde mich freuen. Weil dann würde ich das nämlich gegebenenfalls auch in meinen Pak einbauen. Wenn es dafür dann eine Freigabe gibt. Im Moment habe ich eben dieses Easy Autoload gewählt. Weil es das einzige Skript ist, was mir bekannt ist. Was diese Funktionalitäten im Augenblick bietet. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte. Und dass vielleicht die ganzen Anfragen wegen Support ein bisschen weniger werden. Und ansonsten fragt einfach. Ich versuche es zu beantworten. Guckt bei LS Mod Company. Da gibt es ja auch Support Threads. Da sind viele Fragen schon beantwortet. Und danke auch für die inzwischen über 20.000 Downloads. Die beide Pakete zusammen jetzt im LS19 schon runtergeladen worden sind. Also das Friesen-Jung-Transport-Pack liegt jetzt irgendwie bei insgesamt über 18.000 Downloads. Und das Hauptfach-Pack liegt jetzt bei schon 4.000 Downloads in nicht mal zwei Wochen. Echt Hammer. Scheint euch ja irgendwie zu gefallen. Alles klar. Ich bleibe dran. Es wird auch noch wieder Updates geben für das Paket. Wann und was genau. Muss ich mal schauen. Lasst euch überraschen. Vielen, vielen Dank. Ciao.